Und herzlich willkommen zurück bei The Last of Us. Wir sind hier letztens stehen geblieben, als Joel und Ellie sich gestritten haben. Und jetzt kamen Hunters hier rein. Bei uns. Ins Haus. Und jetzt müssen wir die erstmal hier ausschalten. Aber Vorsicht ist geboten. Okay. So, da ist einer. Und da hinten ist einer. Was ist mit dem? Kommt der Zoom hier? Ich glaube schon. Ja. Den muss ich mir schnappen. Schnell. Scheiße, der hat mich noch entdeckt, dass der andere mich noch sehen konnte. Okay, den muss ich jetzt sofort boxen. Bam. Und ich habe ein... Eine Machete habe ich bekommen von ihm. Das ist schön. So, da sind noch mehrere. Die haben mich jetzt alle entdeckt durch den Typen. Aber ist nicht schlimm. Ich hatte eh vorgehabt, hier das durchzuhören. Geh mal weg. Tommy. Tommy, du stehst voll im Weg. So. Moment mal. War ich hier drinne? Nee, noch nicht. Hier war ich noch nicht drinne, lol. Oder es hat sich alles neu... Also wieder... ...auf seinen Platz respawnt, als ich hier das Spiel ausgemacht habe. Ja, ich habe es ja neu gestartet. Ähm, unten laufen noch welche. Ich bin trotzdem mal laut, weil das interessiert mich nicht, ob die hochkommen oder nicht. Das ist ihre Sache. Wenn die hochkommen, sind die tot. Wenn die unten bleiben, sind die tot. Das Einzige, wo sie am Leben bleiben, ist, wenn die abhauen von hier. Aber so clever sind die nicht. Die wollen sterben. Die wollen abnippeln. Okay, die Sachen sind alle weg. Dann war es doch scheinbar, da war ich noch nicht drin im Klo. Im Bad. So, jetzt die Frage ist, wo sind die? Okay, da kommen die. Okay, komm hoch. Komm hoch. Kollege. Komm hoch. Ah, Mann. Warum schieße ich so scheiße? Das war jetzt scheiße. Ich hätte ihm nice einen Header geben können. Ich habe aber dumm geschossen. So. Der versteckt sich. Das ist auch gut für ihn. Dann bleibt er vielleicht etwas länger am Leben. Okay. Okay. Schnell her. Boah, ey. Tommy, du konntest mir auch helfen, als du rum so zielst. Jetzt stirb doch, Mann. Ich vergeude richtig viel Munition. Jetzt höre ich auf zu ballern. Ich nehme hier das da. Einer weg. Komm, ist klar. Wie der das überlebt hat. Komm. Komm. Na, na, kommst du? Kommst du? Ja. Down. Da ist er down. Da habe ich ihn seinen Schädel weggeballert. Ja. Sein Schädel war einmal. Der hatte mal einen Kopf. Aber jetzt ist er weg. Okay. Alles sauber. Ich habe sehr viel Pistolen Munition vergeudet. Das ist dumm von mir gewesen. Aber, wen Jux. Ich vergeude sowieso viel so wenig Munition hier im Game. Das Langtier, was ich jetzt habe, das reicht mir, um das durchzuspielen. Also, ich denke mal, ich brauche nicht mehr Munition finden. Aber, egal. Wer weiß, was noch kommt. Vielleicht kommt ein Mega-L-Gigante. Okay, wir sind nicht bei Rest in Evil. So, los. Gucken wir mal, ob wirklich alles frei ist. Ja, es ist alles frei. Gut, dann gucken wir hier nochmal kurz hier das Haus. Checken wir durch. Ob da irgendwas ist? Nee. Nee. Ist noch der Firefly-Endinger. Hab ich den? Ja. Okay, wir haben hier alles. Wir können hier abhauen. Wenn ich rausgehe, gibt es eine Videosequenz. Geh mir raus zu den Pferden. Also bin ich mal weg. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Dann. Malos. UNTERTITELUNG Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Big Horns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Hey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt es nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen. Okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los. Er hat sich entschieden. Er geht mit Ellie weiter. Er ist jetzt der Ersatzvater. Und wenn man die 10 Yards schafft, ist wieder erster Angriff? First Down, genau. Mann, wie kompliziert. Man muss es nur ein paar Mal spielen. Dann weiß man das. So, okay, dann wollen wir mal. Hier in der Gegend gibt es sau, sau viele Gegenstände zu finden. Oh, Mann. Einmal da oben gibt es was. Ein Comic. Das weiß ich noch ganz genau. Tabletten, Teile gibt es hier auch. Überall rumfliegen. Also, die fliegen überall rum, die Teile. Oh, mein Gott. Ich weiß gar nicht mehr, wo alles ist. Ich hoffe, ich finde alles. Denn das ist heftig. Nicht Carlos überhaupt für ein Name. Du hättest Tommy ja fragen können, wie er heißt. Carlos. Ist doch ein schöner Name für ein Gaul. Ich hätte ihn jetzt Arschgaul genannt. Na Arschgaul, wie geht's Arschgaul? Ne, jetzt ohne Mist. So, Carlos. Los geht's Arschgaul. So. Komm, hier. Hi hot, Pferdchen. Ja. Hi hot. Warte mal, Moment mal. Gab's hier nicht Teile? Ich muss jetzt aufpassen auf das Blinken. Die blinken ja wenigstens noch, die Teile. Aber. Boah. Ich erkenne kaum was. Ob da überhaupt was ist. Na gut, dann geht's weiter. Hier ist nix. Hier gibt's auch noch Kräuter. Das weiß ich. Gibt's hier Teile? Das ist so verdächtig alles. Nein, hier gibt's nix. Da muss ich selbst nochmal gucken und aufpassen. Denn hier, die Gegend ist saugroß. Das ist gigantisch. Das ist wirklich, boah. Das ist mega groß. Okay. Ähm, ich hab grad mal was nachgeguckt. Ich hab mir auch ein paar Notizen gemacht, wo die ganzen Sachen sind. Ich konnte's mir sonst nicht merken. Und ich will jetzt nicht wegen hier, dieser Stelle, keine 100% schaffen. Denn ich bin feste Überzeugung, dass ich das schaff, 100%. Werde ich auch packen, 100%. Also alle Teile finden und so. Und das werde ich auf jeden Fall schaffen. Sonst will ich nicht mehr Matt Alpha heißen. So, los. Hier gibt's Kräuter. Zum Glück zählen die nicht unter 100% Teile und Kräuter. Ich hasse den Namen. Ja, komm. Nenn ihn einfach Arschgaul. Als Carlos. So, hier gibt's nix. Nur die Kräuter gab's da. Moment mal. Kräuter? Kann ich nicht... Ja, endlich. Und das ist jetzt sehr wichtig. Das brauchen wir sogar. Denn jetzt kommen gleich... Ja, ich verrate so viel. Man weiß jetzt schon, was ich meine. Aber es ist erst später. Noch nicht jetzt. Da haben wir noch Zeit. So, Carlos. Carlos. Mein Gott. Hieß nicht im... Okay, für mich sieht hier nichts wie ein Spiegel aus. Wir retten zum Innenhof. Von da sollten wir den Campus überblicken können. Hieß nicht in Mickey Mouse oder so? Dieser einer Kater, dieser fette Kater da. Carlos oder so. Keine Ahnung. Ich hab's vergessen. Ich hab eh nie so viel Mickey Mouse geguckt. Ich hab eh auch anderen Mist geguckt. Ich guck jetzt wirklich hier nach Teilen. Nach... Um Waffen zu tunen. Denn ich möchte hier noch ein paar Teile finden. Ich möchte noch ein... Zwei Waffen auf jeden Fall tunen. Voll tunen. Das ist mein... El Diablo-Waffe. Und da kommt noch eine zweite Waffe. Und die will ich auch voll tunen. Aber wirklich voll tunen. El Diablo, das Nachladen, das werde ich weglassen. Nachladen ist... Reicht mir aus, wenn die nachladen. Also eine Sekunde, zwei Sekunden Nachladedauer. Das reicht mir. Bis dahin habe ich schon alle Gegner gefetzt. Okay. Hier ist aber nix mehr, scheinbar. Ah ja, da ist die zweite... Die letzte Waffe haben wir jetzt gefunden. Da hinten. Ist die letzte Waffe. Gleich wieder da. So. Das ist ein Flammenwerfer. Rüste dich aus. Denn die geht ab. Damit kann man jeden Gegner verbrutzeln. Neue Waffe, Flammenwerfer. So. Was könnte ich machen? Ich brächte... Ich muss gerade überlegen. Brächte ich Messer? Nein, glaube ich nicht. Okay, weiter. Oh, oh. Teile, Teile. Ganz viele Teile. Oh, ja. Das ist schön. Ja, ja. Das nehmen wir alles mit. Dann gucken wir mal hier noch ein bisschen rum. Noch mehr Teile. Also hier gibt es wirklich sau viel. Hier ist also... Also... Boah. Richtig viel. Okay, was gibt es hier noch? Okay, Tabletten. Was gab es hier noch? Also die Gegend ist so groß. Hier ist alles voll mit Teile. Tabletten. Und noch mehr Teile. Da ist ein Beil. Ich habe doch schon eine Machete. Für was ist da noch eins? Oh, Mann. Okay. Hätte ich das gewusst, hätte ich jetzt die Machete vorher verwendet, als die Gegner da waren im Haus. Naja, egal. So, zack. Und ich glaube es nicht. Nee, Mann. Also die Teile habe ich dafür. Das sind genau 140. Merke ich mir. Also spare ich mir ein paar. Und tune jetzt die Waffe. Ja, was wollte ich tunen nochmal? Boah, ich komme hier nicht mehr weiter mit Tunen. Mir fehlt einfach Teile. Das glaube ich nicht. Zielgeschwindigkeit. Das brauche ich jetzt nicht. Schussfolge brauche ich auch nicht. Schussfolge. Nee. Okay. Haben die gelitten. Oder ich habe gelitten von mir aus. Aber egal. Okay, los. Rennen da. Oh Mann. Bleib nicht da hängen. So. Rennen die Feuerleiter hoch oder was auch immer. Ne. Einfach eine normale Treppe. Was ist hier? Hier könnte man auch rein. Vor. Ich kontrolliere mal alles. Ob ich nicht hier was vergesse. Nein. Hier ist nichts. Dann gehen wir wieder hier rein. Und weiter hoch. Okay. Ja, lernen. Eiern. Sich selbst. Herausfinden, was sie vom Leben wollen. Was sie von ihrem Leben wollen? Hier war mal ein Ausguck. Ein guter Scheißen. Okay. Hier ist eine Notiz von Sniper oder so. Der hier Wache gestanden hat. Keine Ahnung, um was da geht. Auf jeden Fall. Was war das? Keine Ahnung, um was da geht. Ah, Mann. So. So, was ist da? Ich gehe extra etwas langsamer. Ah, jetzt habe ich wieder einen falschen Knopf gedrückt. Oh, Mann. Okay, ich gehe schneller jetzt. Ihr könnt es ja stoppen. Ich gehe ja extra langsam. Ich lese das bestimmt nicht alles vor. Es ist viel zu viel. Zweite Seite. Ach, das ist dieselbe Seite wie vorhin. Ah, nee. Das ist kürzer. Das ist nicht dieselbe Seite wie vorhin. Okay. Das langt. Weiter geht's. Ähm. Hier gibt's nichts. Habe ich noch irgendwie Teile vergessen oder so? Nein, das ist gut. Dann gehen wir wieder runter. Oder geht's noch weiter hoch? Geht's noch weiter hoch? Nein, geht's nicht. Gibt's da was? Nein, gibt's nichts. Okay, wir müssen wieder runter. Los, Schul. Renn runter. Ich überlege gerade. Okay, da waren wir reingegangen. Haben wir alles geholt. Neue Waffe und alles. Die werden wir jetzt auch mal verwenden, wenn die Gegner kommen. Also wenn wieder neue Gegner kommen, gleich oder später oder was auch immer. Vielleicht auch erst im nächsten Part. Okay. Was ist hier? Nix. Okay, los. Spring rüber. Okay, was gibt's hier noch? Ja, ja, das macht Spaß. Okay, na los. Ich hab das extra nochmal gemacht, weil ich hab mich gewundert, eigentlich müsste ich sie reden. Das macht Spaß und so. Und das war vorhin nicht, deswegen hab ich's nochmal gemacht. Gab's hier Teile? Das hat so komisch gefunkelt. Ne, hier gibt's nix. Okay, hier ist wieder was zum Reden. Ein Riesenwider. Das hat ja schon fast was von Religion. Wenn's um Sport ging? Na klar. Okay. Na komm. Wo gibt's hier noch Sachen? Tabletten, Kräuter, sonst irgendwas. Das ist so groß, das Gebiet. Und hier gibt's... Oh, das wird kälter. Es wird langsam Herbst. So, hier gibt's wieder was. Firefly-Anhänger. So, zack, einmal aussteigen. Vielen Dank. Ne Flasche ausrüsten. Und wo ist dieser scheiß Anhänger? Finde ich's auf den ersten Blick? Ja, ich hab's. Okay. Ähm. Los. Jawoll. Danke. Backstein. Hier gibt's doch Backsteine, dachte ich zumindest. Ich hatte geglaubt, hier gibt's Backsteine. Gibt's hier keinen Backstein? Wunsch mal. Scheiße. Okay, das ist blöd. Das ist blöd, wenn hier keine Backsteine gibt. Müssen wir da lang oder müssen wir da lang? Ne, wir müssen da lang erst. Kontrollieren. Gibt's hier was? Nein, keine Tabletten, keine Teile. Auf den ersten Blick nicht. Und auf den zweiten Blick. Nein, hier gibt's nix. Okay. Dann Taschenlampe erstmal wieder anmachen. Okay, ich lasse einfach mal die Taschenlampe an. Das ist besser so. So. Aber da gibt's wieder Teile, Sachen. Okay, hier gibt's nix. Okay, geh da rein. Jawohl. Ja, absteigen. Wie viele Leute sind da wohl? Fireflies meine ich. Es müssen einige sein für so'n Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. So, gab's hier nicht Sachen? Ich dachte hier, hätt's gefunkelt. Was gibt's hier eigentlich? Nix. Ja, kein Easter Egg oder so. Es gibt ja sehr, sehr viele Easter Eggs hier. Also wirklich sehr viele. Auf jeden Fall, weiter geht's. Zum Beispiel, das hab ich gar nicht... Das hab ich voll vergessen zu erwähnen. Ähm, die eine Bar, wo wir waren. Kurz vor, also kurz vor, also kurz darauf, als Sam und Henry uns verlassen haben und uns in den Stich gelassen haben am LKW, da musste ja Joel und Ellie flüchten. Und da war ja eine Bar, also nach dem Rolltor. Und diese Bar müsst ihr genau untersuchen hier, Leute. Das ist genau dieselbe Bar wie in Uncharted 3, als es anfängt. Also Uncharted 3. Uncharted 3. Okay, egal. Genug gesprochen. Weiter geht's. Okay, wir haben's gehört. Das sind schon die Gegner. Aber es sind noch keine Clickers. Es sind nur Runner. Sieht mir jetzt zusammengepfuscht aus. Was ist das für eine Notiz? Ähm, lesen. Wir mussten die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln. Das ist so klein geschrieben bei mir, ich kann das kaum lesen. Bitte sparsam benutzen. Wir haben bald kein Benzin mehr. Okay. Das ist so klein. Ich freu mich. Ah, was ich erwähnen will. Jetzt ist der Part sowieso bald zu Ende. Deswegen erwähne ich das mal am Schluss. Ich werde bald eine HD-Capture-Aufnahme-Gerät haben. Das heißt, viel bessere Aufnahmen, viel bessere Qualität. Und ja, dann geht's richtig ab. Denn dann kommen richtig viele Let's Plays von mir. Aber erst mal hier. Dieses Spiel werde ich erst mal mit dem normalen Grabber, was ich habe. Let's Playen. Fertig, let's Playen. Und danach schauen wir weiter. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich reingegangen bin. Ich bin noch nie hier gewesen, hier oben. Das sind ja Sachen. Tabletten. Lol. Ich überlege gerade dauernd. Nee, ich gehe nicht da lang. Ich gehe meinen Weg, den ich kenne. Das ist die andere Seite. Und dann mache ich auch einen Cut. Denn das Töten und alles mache ich im nächsten Part. Denn das wird sonst zu schwer jetzt. Hier, das alles für ein Part. Das dauert sonst zu lang. Ich weiß nicht, wie lange ich brauche für die Viecher. Also Leute, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Und ich sage schon mal, Ciao! Und bis zum nächsten Mal.